Hallöchen meine Bärchen und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Part mit Bear With Me. Beim letzten Mal haben wir uns die Akte geholt, die Referenzen, damit wir uns denn eine weitere Batterie holen können. Die werden wir uns jetzt auch besorgen. Dann können wir schon mal ins Badezimmer reinschauen und dann nochmal durch diese kleine Lücke, gehen. In, in, älteren, welchen älteren. In wo? Oh, und check on Millie from time to time. Make sure she's alright. Thanks, Rusty. We won't let you down. Thank you so much, Rusty. Get some sleep. We'll wake you up in the morning. Alles klar, super. Wir haben die Batterie von Rusty jetzt. Genau, zweimal Batterien. Ja, sehr gut. Angst in der Dunkelheit, Errungenschaft freigeschalten. Schauen wir mal. Ich hoffe, jetzt passiert nix, währenddessen wir in irgendeiner Weise im Badezimmer sind oder sonst wo und dass jetzt irgendjemand aus für ein Zimmer rauskommt. Ich hoffe nicht. Uh, das ist cool. Ja, das ist cool gemacht. Oh. Weiß ich nicht. Hat es? Bin mir nicht sicher. Aber da könnte doch was sein. Staubwiedel. Den nehmen wir natürlich mit. Uh, damit können wir die Spinnenweben wegpacken. Waschbecken. Was? Gerade im Morgen macht das am meisten Sinn. Ah, das glaube ich nicht so. Noch mehr Gemälde, die habe ich ehrlich gesagt keine Lust nochmal anzugucken. Warum ist eins runtergefallen? Okay, Toilettenpapier, Tät, Tät. Ja, ja, machen wir. Sofort. Okay. Noch nicht. Noch nicht. Sehr gut. Ähm, Badewander. Können wir uns auch noch angucken? Stimmt. Stimmt. Singen in der Badewanne macht am meisten Spaß. So, wir haben jetzt nur einen Staubwiedel von diesem Badezimmer mitnehmen können. Pfft, ein bisschen langweilig, aber okay. Gehen wir mal wieder. Haben wir ihn? Ja, haben wir. Gehen wir nicht? Okay. Doppelklick hat ihr gerade... Hast du ihn schon gesehen? Aber zum zweiten Mal? Oh, ich habe gerade richtig Gänsehaut im Rücken runterbekommen. Oh, ikklig. Lass es noch mal gucken, ob Blins Raum jetzt offen ist. Ne. Hast du ihn schon gesehen? Meint ihr den kleinen Jungen? Oh, das war ein interessantes... Geräusch. Das ab. Ab ins Flinzimmer. Achso. Oh Gott. Ich dachte gerade... Ah, ich finde man könnte die Sprache noch ein bisschen höher stellen. Eine Lautstärke. Coincidentally, da waren viele Accidents die letzte Woche. Die ganze Stadt war aufbauen und niemand war damit. Ich habe das falsch gemacht, um zu rauszukommen? According zu Rust und Millen, ein Mann ist responsible für all diese Mayhem. In einer Woche, er wurde ein Synonym für Angst vor der Stadt. Und die Polizei und die Städte alike sind schützend bei der Mention von seinem Namen. Der Mann. Sie nennen ihn, der Red Man. Ich habe ein starkes Gefühl in meinem Kopf. Es ist alles irgendwie verbunden. Mein Retirement. Die Fires. Und der öffentliche Cover-Up. Was hat sich mit Flint verstanden? Der Red Man. Es ist alles zu ihr. Ich fühle mich, dass sie die Schlange zu all das. Das letzte Teil des Puzzle ich habe zu lösen. Does sie mehr wissen, als sie mich zu glauben? Oder habe ich mich zu meinen Bezüren getrennt? Es ist schwierig für mich zu admiten. Es ist auch sehr schade. Aber ich habe mich selbst vertraut in den Jahren, wo wir zusammenarbeitet haben. Und ich muss sie jetzt vertraut in den Momenten. Sooner oder später finden wir uns wieder in der Hölle in der Stadt. Dieser Verbind, den ich mit ihr habe, wird der einzige Fakt, den ich anzunehmen werde, wenn Dinge von schlecht zu verhören. In Paper City sind alle Betten aus. Aber die Städte waren nie so hoch wie jetzt. Ich finde es ganz cool, dass wir von ihrer Sicht spielen, aber von Teddys Gedanken mitbekommen. Das ist eigentlich ganz cool. Ich will kurz die Sprechen machen. Wollen wir mal noch ein bisschen weiter runter? Hochmannig und Musik und das alles runter. So. Muck Schatz Brothers. Muck Schatz Brothers. Ähm. Arbeitszimmer. Okay. Oh, da stoff. Können wir uns erst umgucken, bevor wir mit euch sprechen? Ja, das können wir. Okay. Ja, ich glaube, das brauchen wir dann später. Hosekiste. Haben wir unsere... Oh, hier haben wir. Okay, dann neun. Embass-Sachen. Können wir uns das angucken. Können wir uns auch nur angucken. Okay, dann nicht. Papier, Titte Bonbons. Glas, Auto, Buch. Kiesen. Kleiner Schrank. Aha, hast du? Wir müssen noch einen anderen Weg finden. Ah, du kommst da nicht ran, wahrscheinlich, ne? Müssen wir mit dem Schwert dran? Nein. Okay, dann müssen wir jetzt auf Amber warten. Und wir... Da war doch gerade noch irgendwas. Okay, wir sprechen mit den Muck Schatz Brothers. Oder gucken wir uns das mal an. Muck Schatz Brothers. Sprechen wir mal mit denen. Ich hatte ein Gefühl, ich finde euch zwei Lurken. Wie ist es, dass wenn ein bisschen Fisch geht, euch zwei Pfeifen über die Körner geht? Schaube deine Monologen für die Shower, Snoop. Wir haben es nicht gemacht. Und was genau nicht gemacht hast du? Was du sagen, wir haben oder nicht gemacht. Also, du hast es. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Es ist wichtig, was wir machen? Wenn wir gemacht, was du sagst, dass wir gemacht haben, oder für das Thema, wir nicht gemacht haben, und wenn die Antworten uns incriminate zu einem bestimmten Grad, dann, als ein Fakt, ich kann sagen, dass wir es nicht gemacht haben. Aber wenn wir nicht gemacht haben, was du sagen, dass wir uns nicht gemacht haben, würde uns in der gleichen Position, als in den vorherigen Staten, und wenn es ist wahr, dann, wir sicherlich haben wir es gemacht haben. Das geht nicht. Wenn du ein Krook warst, du könntest eine Karriere als Arbeiter, obwohl die zwei nicht mutually exclusive. Ja? Wenn du ein Snoop warst, du könntest eine Karriere als ein Drunk, obwohl die zwei nicht mutually exclusive. Ich hab'n Schwert. Habt ihr vom Roten Mann gehört? Ja? Habt ihr zwei Lowlifes heard anything about the Red Man? Wir haben vielleicht gehört etwas. Mein Memorien ist ein bisschen fuzzy these days, see? Um... Oh, wir hätten vielleicht was anderes wählen sollen. Ähm, warum seid ihr hier? Oh, ich hab'n Toadis. Oh, ich hab'n Toadis. Ja. Ich hab'n Toadis. Was ein Snoop-Grook-Grook-Grook-Grook-Grook-Grook-Grook-Grook-Grook? Du bist ein Tadis. Du bist ein Tadis. Du bist ein Tadis. Du bist ein Tadis. Das bedeutet, ich kann ein paar Knuckle-Sandwichen deinen Weg bevor ich mich Sie in. Ich kann nicht, dass jemanden es interessiert. Ich kann nur sagen, ich habe dich das soviel, oder dass der Reef-King hat dich vor ich es. Vielleicht ist es Zeit, dass du zwei Exemplarige Mitglieder, wie wir uns allein und findst dir jemand anderes du kannst, Seh? Alter Kautz? CBG? Okay, wir müssen also zum Pee-Peele. Awww. Awww. Der Junge ist wahrscheinlich zu sehen, seine Freunde, oder was? Außerdem, er ist ein schwerer Junge. Ich bin sicher, dass er gut ist. Natürlich, weil Kidnappen ist weit über die Linie für dich. Es ist eine der wenigen Dinge, von deinem M.O. Vielleicht, du denkst, du solltest auf die Spiel gehen. Wer hat dich auf? Woah, woah! Wie gesagt, wir sind keine Kidnappers, see? Wir haben vielleicht unsere Differences, du und ich, aber wir würden nie so weit gehen. Hm. All right, du bist auf den Huck, für jetzt. Hm. Mhm. Ich verstehe. Ich verstehe. Es ist so relaxing. Sicher. Und ihr escape hat nichts zu tun mit den recenten Aktivitäten über den Red Man. Was Red Man? Also, Snoop, Native American ist die nomenklatur, ich glaube. Du kennst dich. Du kennst dich. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Wie süß. Jetzt reden sie? Ja, ja. Snoop. Ähm. Okay, aber kommen wir... Schlüssel zum Elternzimmer? Okay. Aber will ich denn zum Elternzimmer? Oh. Äh. Ja, wir können das doch nutzen, um den... was rauszuholen. Hm. Hm, okay. Scheint nicht, dass wir hier irgendwo lang gehen können. Also gehen wir jetzt erstmal zurück zum Arbeitszimmer. Und dann... Äh. Soll ich... Okay, dann... Okay, wir bekommen nicht nochmal ein Flashback. Ist hier hier irgendwas verändert? Nee, sieht nicht so aus. Ist hier noch alles hier im Alten? Ich bin ein wenig paranoid, um das ehrlich zu sein. Mit Millie? Ist mit dir alles okay? Äh. Ja. Gut. Mit dir ist also auch alles okay. Gut. Dann gehen wir mal ins Elternzimmer. Boah, es regnet schon wieder hier. Es gefühlt 15. Mal heute. Fünfzehntausendste Mal. Es ist unlockt. Ich hoffe, ich werde nicht über das Problem kommen. Uh, schönes Zimmer. Aha, was haben wir hier denn? Eine Kamera? Tsk, tsk, tsk. Tsk, tsk. Ist das wirklich... Warum runtergefallen? Hier hat nie jemand irgendwas wegen runtergefallen gesagt. Okay. Okay. Plastiktasche können wir uns noch angucken. Schrauben können wir uns noch angucken. Okay, Bett. Fluffy, Fluffy. Andere Betten sind meistens besser. Dunkelkammer. Uh, uh, roseliger. Querell? Oh, sowas, sowas haben wir in meinem Elternhaus auch. Oh, creepy sowas. Eine Vase. Stammelschuhe. Ähm. Ist nur Kronleuchter? Ist noch was? Ein Chandelier. Es ist französ für Fancylamp. Fancylamp. Noch ein Vorhang. Noch ein Bedschuhe. Noch ein Vorhang. Noch ein Bett. Schuhe. Bild für Größerer. Das können wir anfassen. Können wir es mitnehmen? Oh. Wir haben ihn angemacht. Waschschüsse. Waschschüssel. Kannst du da? Waschschüssel. Kannst du da? Kannst du da? Es ist öfter. Du kannst etwas in da. Wie Wasser. Oder Feuer. Ja. Ich glaube nicht, dass wir da Feuer reinschütten können. Wann hat die Idee? Ich nehme dieses Tape mit mir. Ich kann es benutzen, um Ted zu einem Flaggen zu holen. Gute, dass er es nicht gehört hat. Safe. Ah. Natürlich. Eins, zwei, drei. Nope. Neun, drei, sechs. Äh. Neun, sechs, drei. Nope. Ähm. Eins, eins. Nope. Äh. Sieben, fünf, drei. Nope. Okay. Noch nicht. Ich denke, Entwickler sind Dummies. Dieses Buch ist eine gute Investition. Es ist benutzt, um, ähm, Likwiden? Nichts interessantes über das. Noch mehr Kanistern. Pfeife? Ne, das ist keine Pfeife. Noch mehr zum Messen. Riesige Flaschen. Biggest Bottes. Nur ein paar Bottes. Hat sie gerade geflucht? Nichts interessantes über sie. Okay. Gut. Dann... Nicht? Warum nicht? W-w-was denn? Hä? Äh. Hä? Ok. Okay. Äh, ich bin mir noch nicht sicher, was wir hier machen müssen. Ah, das. Okay. Hm, gut. Dann schauen wir uns die Bilder beim nächsten Mal an. Ähm, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Und lasst euch nicht wegpusten. Ähm, packt euch schön ein, dass ihr nicht nass werdet und dann krank. Das wollen wir natürlich alle nicht. Und dann habt ihr noch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns am Wochenende wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü